Halligalurlöle! Zurück zu Guild Wars 2! Weiter geht's! Wenn euch meine Videos gefallen ist mit dem Kommentar, Like und Abo! Da würde ich mich freuen! Vielen Dank dafür schonmal! Sonst geht's jetzt weiter mit der... ...Geschichte... ...Stanzvertrieb. Wir müssen ja die Geschichte soweit durchspielen... ...und wir endlich die Bewertungspunkte machen können. Was wollen wir jetzt machen? Komm mal... Nö... Hi, Winky-Chinky-Winky! Gut, euch nach der blauen Insel zu sehen. Siren war... ...einzigartig. Sie wird uns fehlen. Ahn... Das braucht die. Kögel... wieder rein. Äh... hier und jetzt... was er jetzt hier machen ist... Äh... ...und jetzt... was er jetzt hier machen ist... ...ja... ...und sprich mal... ...Monti... ... 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